In diesem Video zocken wir das erwähnen und holen uns hoffentlich den Bibi-Skin dran, also bleibt unbedingt dran, hoffentlich schaffen wir es. Es wird gut. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video, lasst mir mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die kleine Glocke, schreibt den Kanal für alle Gründen. Heute habe ich mal keine Teammates dabei, habe ich unabsichtlich gemacht, mein Handy hat die ganze Zeit wirklich gebackt, deswegen war ich mir gar nicht sicher, ob ich das Event überhaupt zocken kann. Wir zocken das Event, bin natürlich die gute kleine Shelly, wie war ich, Kastredi, aufpassen, 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 oh oh, Digga. Was? Wenigstens diesen Einkill noch. Guck dir's an, ich hol die hier alle, ganz endlich. Ja man, guck dir's an, wir sind ja, die Kampfs. Also Freunde, erster Kampfklar verlor, keine Chance. Und wir gehen, komm, 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 komm. Ich hab einfach... Diesen hat mich sofort ab, was auch noch. Digga, die holen immer direkt... Ja, wir sind wieder drin, oder? Stop, hohr. Ja, ach. Nee, aber nicht. So, 32, 26. MAAAAANN! Digga, wie kann man so behindert verlieren, Mann? Mach doch mal was! Fuck! Ich hab's geschafft, einfach null wins! Mann, Digga, ich... Da kriegt auch der Bull an das Null. Nicht. Oh, Digga. ja das ist ein verdammter wenn die challenge komplett verkackt ist siehst du mit dem gadget wir brauchen wir müssen alles zerstören aber der bullen drei drei mann hatte und rin am ende noch knapp leute ich will auch aus der fliege wenn ich den pläten holen ich spiele nein ich hole sie nicht mehr ab der ab 10 7 3 führung bau da hast du die ult aufmann sehr gut jetzt können wir schon mal ein bisschen was zerstören jetzt hat die rosa nämlich ein problem ich will sie dann der rafs hat jetzt ein problem sehr nice er hat seine holt schon mal sinnlos die sandsäcke müssen zerstört werden bau die ult auf bau die ult auf Frau Tara bau sie gerollt schießt schießt k 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 Rippe! 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 Warum nimmt sie den anderen Rippen? Hörbkirch. Nummer Zwei! Endlich! Läuft's mal. Ich wäre so ausgestimmt, denn nicht geredet. Mit Draftig-Kriffm. Ja. Über gespielt. Aber aktiv war noch früher derava Getschop drüber. Leute. Ich wollte es eigentlich schaffen aber... Ich hatte am Anfang einfach nur Bots. Ahhhh! Ja. Ich hätte das. Leggola. Und jetzt nicht schießen von. Blackhaut. Und? Ja, okay, bitte. Hast du jumpt rein? Perfekt. Tocken rein. Der Römer hat das her. Oh Mann, perfekt. Deiner mag das auch in der Konko halt. Deiner mag ich halt in der Konko nichts mehr drüber. Genau so wie... Vielleicht ist er gut. Nein, eh. Ihr könnt gut auf der Webseite passen. Nein, könnt er nicht. Das war lustig. Ja, wir haben nicht das Tor, Mann. Wir sind so hoch überlegen. Kriegen wir aber dieses behinderte Tor nicht. Ich muss mal kurz generieren. Ja? Ja, ja, ja. Das muss der Wind jetzt sein. Das kann aber nichts anderes außer der Wind sein. Ich aktiviere hier vorne noch Gadget. Ja, Mann. Wind Nummer 4. Perfekt. Wind Nummer 5 auch am Start, Mann. Endlich läuft's. Gute Spät, Freunde. Weiter geht's. Sieg Nummer 6 ist auch am Start, Mann. Das ist so wichtig. Nummer... L... A... Sieben. Perfekt, Freunde. Weiter geht's.